Geschichte 2 – Das geheime Abenteuer der mutigen Autobande Es war einmal eine besondere Autobande, bestehend aus vier unzertrennlichen Freunden, Max, der blitzschnelle Rennwagen, Luna, die abenteuerlustige Geländewagenprinzessin, Benny, der fröhliche kleine Stadtflitzer, und Rocky, der robuste Offroad-Jeep. Gemeinsam erlebten sie die aufregendsten Abenteuer in der kleinen Stadt Autowill. An einem warmen Sommerabend, als der Mond hoch am Himmel stand und die Sterne hell leuchteten, schlichen sich die vier Freunde aus ihren Garagen. Sie hatten ein geheimes Abenteuer geplant und waren fest entschlossen, die Grenzen von Autowill zu erkunden. Max führte die Bande an und fuhr mit atemberaubender Geschwindigkeit die kurvigen Straßen entlang. Luna folgte ihm mutig, während Benny und Rocky ihre besten Tricks vorführten, um die Aufmerksamkeit der Stadtbewohner zu erregen. Die Autos fühlten sich frei wie der Wind, als sie die Stadtgrenzen erreichten und in die weite Landschaft hinaus fuhren. Sie fuhren über grüne Hügel und durch schattige Wälder, bis sie einen alten, verlassenen Steinbruch entdeckten. Das Abenteuer lockte die Bande, und neugierig fuhren sie hinein. Doch was sie nicht wussten, war, dass dieser Steinbruch ein düsteres Geheimnis bag. Plötzlich wurden sie von einer lauten, gruseligen Stimme überrascht. Wer wagt es, meinen verfluchten Steinbruch zu betreten, rief eine geheimnisvolle Gestalt aus den Schatten. Es war der alte Geistertraktor-Trucker, der sich hier versteckt hatte. Die Autobande erschrak zunächst, aber dann sammelten sie ihren Mut und beschlossen, dem Geistertraktor entgegenzutreten. Max rief, wir sind hier, um keine Probleme zu machen. Wir wollen nur neue Abenteuer erleben. Die Bande erklärte, dass sie die Geheimnisse des Steinbruchs entdecken und Freundschaft schließen wollten. Der Geistertraktor war beeindruckt von der Tapferkeit und dem Mut der Autobande. Er erzählte ihnen, dass er einst ein stolzer Traktor war, der im Steinbruch gearbeitet hatte. Nachdem der Steinbruch aufgegeben wurde, fühlte er sich einsam und verlassen. Er hatte vergessen, wie es war, Freunde zu haben. Die Bande beschloss, dem Geistertraktor zu helfen. Sie reparierten seine alten Räder und polierten sein verwittertes Blech. Gemeinsam erkundeten sie den verfluchten Steinbruch und stießen auf verborgene Schätze vergangener Zeiten. Nachdem der Geistertraktor seinen Stolz und seine Freude wiedererlangt hatte, beschloss er, Autowill einen Besuch abzustatten und seine dankbare Freundschaft der Autobande zu zeigen. Die Autos fuhren gemeinsam zurück in die Stadt und wurden von den Bewohnern mit Jubel und Begeisterung empfangen. Der Geistertraktor wurde zu einer Legende in Autowill. Die Menschen bewunderten seine Verwandlung von einem einsamen Geist zu einem fröhlichen und hilfsbereiten Freund. Die Autobande war stolz auf ihre Freundschaft mit dem einstigen Geistertraktor und wusste, dass wahre Freundschaft selbst die dunkelsten Zeiten erhellen kann. Die Bande beschloss, den Geistertraktor bei seinen neuen Abenteuern zu begleiten. Gemeinsam erkundeten sie verlassene Straßen, entdeckten geheime Verstecke und halfen anderen Autos in Not. Sie wurden zu Helden von Autowill und die Kinder der Stadt verehrten sie für ihre Tapferkeit und Großzügigkeit. Jede Nacht, wenn die Sterne am Himmel erstrahlten, versammelten sich die Autos zu einem geheimen Treffen am verfluchten Steinbruch. Sie erzählten sich Geschichten, lachten und träumten von neuen aufregenden Abenteuern, die sie gemeinsam erleben würden. Und so endet unsere Geschichte für heute, liebe Kinder. Denkt daran, dass wahre Freundschaft immer siegt und dass das Zusammenhalten in schwierigen Zeiten uns stärker macht. Schlaft nun gut und träumt von aufregenden Abenteuern, die euch erwarten. Gute Nacht!